Hallo zusammen, mein Name ist Gerald und ich gehe heute der Frage nach, soll ich Aktien von General Motors kaufen? Herzlich willkommen auf meinem Kanal Money in the Box. Dieses Video dient nur der Unterhaltung, es stellt keine Anlageberatung dar und jeder von euch ist natürlich selbst dafür verantwortlich, ob er Aktien eines Unternehmens kaufen möchte oder nicht. Beginnen wir mit der Vorstellung des heutigen Unternehmens. General Motors oder kurz GM ist ein US-amerikanisches Unternehmen und gehört zur Branche Automobiles & Autoparts. Ihr findet die Aktie unter der Wertpapier-Kennnummer Anton 1 Cäsar 9 Cäsar Marta. Das Unternehmen hat eine Marktkapitalisierung von rund 67,3 Milliarden US-Dollar und das Geschäftsjahr entspricht dem Kalenderjahr. GM beschäftigt weltweit rund 157.000 Mitarbeiter. Bei der Aktionärsstruktur haben wir das übliche Bild, so sind ca. 84% der Anteile in den Händen von institutionellen Anlegern. Für uns Kleinanleger verbleiben 11%. Schauen wir mal auf die Top 10 der Wettbewerber nach Marktkapitalisierung. An Nummer 1 steht unangefochten Tesla mit 893 Milliarden US-Dollar Marktwert. Kleine Bemerkung am Rande, Tesla ist nach Marktkapitalisierung schwerer als die Plätze 2 bis 10 miteinander. Aber die Frage, ob das gerechtfertigt ist, ist nicht Gegenstand dieses Videos. Aber hier geht es um GM und GM liefert sich mit Ford ein Kopf-an-Kopf-Rennen um den Platz 6 bei der Marktkapitalisierung und hat mit 67 Milliarden US-Dollar knapp die Nase vorne. Schauen wir noch ganz kurz auf die Top 10 nach Umsätzen. Branchenprimus ist hier VW mit 294 Milliarden US-Dollar Umsatz vor Toyota mit 269 Milliarden US-Dollar. GM ist hier mit rund 127 Milliarden US-Dollar Umsatz ziemlich unangefochten auf Rang 7. Noch zwei kleine Bemerkungen am Rande. Der Marktkapitalisierungs-Rivale von GM, nämlich Ford, ist nach Revenue mit 136 Milliarden US-Dollar deutlich vor GM. Und der undisputed Marktkapitalisierungs-Gott Tesla taucht in dieser Liste gar nicht erst auf. Und die Analyse beginnt wie immer mit Geschäftsmodell und Burggraben. Die General Motors Company entwirft, baut und verkauft Lastwagen, Crossover, Autos sowie Autoteile und Zubehör. Die Zielräume liegen in beiden Amerikas, im asien-pazifischen Raum, im Nahen Osten, Afrika und China. GM vermarktet seine Fahrzeuge hauptsächlich unter den Markennamen Buick, Cadillac, Chevrolet, GM, Holden, Baojin und Wuling. Das Unternehmen verkauft auch Lastwagen, Crossover, Autos und speziell angefertigte Fahrzeuge an Händler für den Einzelhandel sowie an Flottenkunden. Außerdem Mietwagenunternehmen, gewerbliche Flottenkunden, Leasinggesellschaften und Regierungen. Darüber hinaus bietet es auch Sicherheitsdienstleistungen für Einzelhandels- und Flottenkunden. Zu diesen gehören etwa automatische Unfallreaktionen, Notfalldienste, Pannenhilfe, Krisenhilfe, Unterstützung bei gestohlenen Fahrzeugen und Turn-by-Turn-Navigation. Außerdem vernetzte Dienste, zum Beispiel für die mobile Anwendung für Besitzer zur Fernsteuerung ihrer Fahrzeuge. Und Dienste, die es Besitzern von Elektroautos ermöglichen, die nächste Ladestation zu lokalisieren. Aber auch On-Demand-Fahrzeugdiagnose, Smart Driver, Marktplatz im Fahrzeughandel, In-Vehicle-Voice, Sprachassistenten, Navigation und überhaupt das ganze Ökosystem verschiedener Apps. Außerdem bietet das Unternehmen Kfz-Finanzierungs- und Versicherungsdienstleistungen an und softwarefähige Dienste und Abonnements. Beim Blick auf die Homepage konnte ich mich des Eindrucks nicht erwehren, dass sie eigentlich bei allen Automobilherstellern mehr oder weniger gleich ausschaut. Alle reden sie nur noch über Elektromobility. Und jeder hat eine supergeile Batterie, die viel besser ist als die von allen anderen. Ich möchte mich hier nicht an Spekulationen über das Thema, was ist die Zukunft und wie schnell kommt die Beteiligen. Ich denke, wir sollten uns hier auf die Zahlen konzentrieren und das werden wir auch tun. Und hier im Geschäftsmodell zur Einschätzung gleich mal die erste. GM verkaufte im Jahr 2021 weltweit rund 25.000 Elektrofahrzeuge. Das entspricht etwa 0,4% seines weltweiten Umsatzes. GM hat einiges verschlafen, denn die Markteinführung der meisten Modelle ist erst für Mitte 2023 geplant. Zusammenfassend kann man sagen, General Motors ist ein Automobilhersteller mit den Kernmärkten in beiden Amerikas, Asienpazifik, Nahe Osten und China. Und damit geht es jetzt los mit den Unternehmenszahlen. Und am Anfang muss das Geld wie immer rein ins Unternehmen, deswegen Revenue-Umsatz. Und der erste Blick auf die Grafik zeigt gleich, Wachstum schaut anders aus. Auf 5-Jahres-Basis haben wir nämlich 12,8% Umsätze verloren. Positiv an der Geschichte ist, im Jahr 2021 hatten wir mit 127 Milliarden US-Dollar Umsatz knapp 3,7% mehr als im Jahr 2020. Und die zweite Kernzahl, nämlich Return on Sales oder Net Profit Margin, setzt das Net Income ins Verhältnis zu den Revenues, also im Endeffekt der Gewinnanteil an den Umsätzen. Auch hier sehen wir eine positive Entwicklung, denn wir hatten 7,8% Return on Sales im Vergleich zu 5,2% im Jahr 2020. Und wenn wir schon mal über Rentabilität sprechen, dann schauen wir uns gleich noch zwei weitere Kennzahlen an, nämlich den ROE und den ROCKE. Beim ROE oder Return on Equity setzen wir den Gewinn, also das Net Income, in Relation zum Eigenkapital. Bei der Eigenkapitalverzinsung sehen wir ein bisschen Licht am Ende des Tunnels, wir sind nämlich bei 15,1% im Jahr 2021 angelangt. Das ist auch eine positive Tendenz über 2020, das gefällt mir. Und der ROCKE ist das Return on Capital Employed, also die Verzinsung des betriebsnotwendigen Kapitals. Auch hier sehen wir eine ansteigende Tendenz, das ist ein gutes Zeichen. So, als nächstes geht es jetzt weiter mit den Risikopositionen. Da beginnen wir als erstes mit der Kapitalausstattung, nämlich Eigenkapital, Fremdkapital und Eigenkapitalquote. Wir sehen auf den ersten Blick, das Eigenkapital hat stetig zugenommen auf 65,8 Milliarden US-Dollar in 2021. Die Zunahmen sind sogar signifikant, nämlich auf Einjahresbasis um 32,5 und auf Fünfjahresbasis um 81,8% Hut ab. Gleichzeitig ist es zumindest kurzfristig gelungen, das Fremdkapital zurückzufahren auf 178,9 Milliarden US-Dollar. Das Ganze resultiert dann in einer Eigenkapitalquote von 27% und okay, die ist nicht ganz so dicke. Wir wissen ja, Eigenkapital ist eines, aber der Goodwill bläht ja das Eigenkapital auf, darum ziehen wir den mal ab vom Eigenkapital und erhalten dann den Substanzwert. Und habt ihr es gemerkt, wie sich die Grafik verändert hat? Nicht wirklich, ne? Und wie hieß es da so schön, Reiter heißt jetzt Twix, sonst ändert sich nix. Sagen wir mal in Analogie, Eigenkapital heißt jetzt Substanzwert, sonst ändert sich nix. Woran liegt's? Ganz einfach, GM hat keinen Goodwill in der Bilanz. Und wir wissen auch, so oft kommt das nicht vor. In dem Fall entspricht also der Substanzwert und die Substanzwertquote dem Eigenkapital und der Eigenkapitalquote. Sehr schön, gefällt mir. In puncto Zukunftsfähigkeit interessiere ich mich immer besonders für das Thema CapEx zu Abschreibungen. Ob denn genug in die Zukunft investiert wird, das schauen wir uns jetzt gleich mal an. Da können wir auf jeden Fall schon mal sagen, zu Lasten der Zukunftsfähigkeit wird auf jeden Fall nicht gespart. 2019 war das Jahr mit den geringsten Investitionen. Da haben wir nämlich 392% der Abschreibungen in den CapEx geblasen. Und in 2017 war der Peak, da waren es nämlich 611%. Ich habe mal die letzten 10 Jahre nachgeschaut und habe festgestellt, dass bis zum Jahr 2014 hatte die GM immer einen CapEx von so ungefähr 10 Milliarden US-Dollar. Stimmt nicht ganz, weil in 2014 waren es schon fast 12 Milliarden. Und seit 2015 investiert die General Motors jedes Jahr mehr als 20 Milliarden US-Dollar in den CapEx. Offensichtlich besteht hier erheblicher Bedarf, den bestehenden Anlagebestand zu erneuern. So, und die treue Community, die spitzt jetzt bestimmt schon die Ohren, weil, das können wir uns merken, für ein bisschen später, wenn wir auf den Free Cash Flow gehen. Die spannende Frage wird nämlich sein, ob der Cash Flow vom Operations diesen Kapitalabfluss durch den CapEx kompensieren kann. Könnt ihr ja mal eine Wette machen. Beim nächsten Thema geht es um die Liquidität bei der Current Ratio. Also Verhältnis Current Assets zu Current Liabilities. Erste gute Nachricht, die Current Ratio ist im Laufe der Zeit gestiegen. Zweite gute Nachricht, sie liegt über 1. Wir sind nämlich bei 1,1 und das ist schon mal was. Allerdings legen wir von dem Zielwert von 1,5 doch eine Ecke weg. Das ist in einer kapitalintensiven Industrie wie im Automobilbau gar nicht so ohne. Also man segelt zwar nicht extrem, aber trotzdem hart am Wind. So, und wie werden eigentlich die Aktionäre beteiligt? Schauen wir es uns mal an. Und dann gehen wir gleich mal dahin, wo es weh tut, Free Cash Flow, Dividende und Payout Ratio. Und ich denke, es hat sich vorher schon abgezeichnet. Diesen Adalas, sage ich mal, kann kein Unternehmen verkraften. Wir sehen hier im gesamten 5-Jahres-Zeitraum extrem negative Free Cash Flows. Wie heißt es so schön, die Wahrheit liegt im Free Cash Flow und nicht im Gewinn. Und da ist wirklich was Wahres dran an dem Spruch. Also für all diejenigen, die immer so auf den Gewinn fixiert sind, muss man sich die Frage stellen, warum die gesamte moderne Unternehmenssteuerung auf den Free Cash Flows basiert. Und genauso wie Unternehmen wie zum Beispiel Amazon für sich reklamieren, dass der Free Cash Flow die Wahrheit bietet, muss das in dem Fall General Motors gegen sich auch gelten lassen. Also auch in dem Jahr 2021, das vorher ja gar nicht so schlecht ausgeschaut hat, haben wir einen negativen Free Cash Flow von 6,9 Milliarden US-Dollar. Und wen es interessiert, wenn man die 5 Free Cash Flows aufsummiert, dann kommt man auf 40,3 Milliarden US-Dollar Zahlungsmittelabfluss. Und ich habe noch eine schlechte Nachricht, denn seit 2014 waren in jedem Jahr die Free Cash Flows negativ. In meinen Augen sieht man es ganz deutlich, die General Motors hat den Schuss nicht gehört. Denn bis 2019 hat sie nicht nur eine Dividende bezahlt, sondern sie hat das Dividendenvolumen auch noch erhöht. Und damit hat sie die Probleme der General Motors weiter vertieft. Denn normalerweise bezahlt man ja die Dividende aus dem Free Cash Flow. Und man kann wirklich froh sein, dass man in 2020 endlich reagiert hat, die Dividende dramatisch gekürzt und in 2021 sie komplett gestrichen hat. Ich sage mal, nachdem man die Free Cash Flows gesehen hat, kann man sich fast die Diluted Shares Outstanding sparen. Hier sehen wir eine leicht steigende Tendenz an sich ein Problem. Aber ich muss ehrlich sagen, die Free Cash Flows überschatten alles. Interessant ist jetzt natürlich das Verhältnis zwischen Preis und Wert. Aktuell müssen wir an der Börse für die General Motors Company 44 US-Dollar und 90 Cent bezahlen. Das ist ein Kursrückgang auf Jahresbasis um 13,37 Prozent. Da hatte ich mit weniger und mehr, also weniger Kurs und mehr Rückgang gerechnet. Bei der Einschätzung der Preis-Wert-Relation können uns die Multiples unterstützen, also KGV, KCV und Enterprise-Value und Verhältnis zum EBITDA. Das sind alles Amortisations-Zerkennzahlen, das heißt, die Zahlen geben an, wie viele Jahre es dauert, bis ein Kauf der Aktie sich refinanziert. Fangen wir an mit dem KGV, dem Kurs-Gewinn-Verhältnis. Da sehen wir, liegen wir aktuell bei 6,2 und wir waren nur im Jahr 2018 günstiger. Das bedeutet also, dass wir die Gewinne von 6,2 Jahren investieren müssen, um uns die Aktie an der Börse kaufen zu können. Also bei den KCVs haben wir ein Problem, die sind nämlich durchgängig nicht vorhanden. Klar, wir haben negative Free-Cash-Flows. Das heißt auf Deutsch, auf Free-Cash-Flow-Basis kann sich die Aktie niemals amortisieren. Ist ja logisch, weil wenn man im Bild bleibt, dann müsste man zuerst die Aktien kaufen und dann jedes Jahr Geld auf dem Free-Cash-Flow drauflegen. Schauen wir uns doch mal das Thema Enterprise-Value zu EBITDA an. Da sind wir aktuell bei 13,3 und das ist so günstig wie im gesamten 5-Jahres-Zeitraum nicht. Holen wir wieder unsere Pi mal Daumen-Werte raus. Pi mal Daumen heißt bei 20, sind wir mit 13,3 deutlich drunter. Der tatsächliche Wert für Auto und Truck liegt bei 39,1 und da sind wir erst recht drunter. Also wir haben die einzelnen Komponenten. Jetzt heißt sie zusammenzusetzen und ein Fazit zu ziehen. Ihr kennt das inzwischen ja schon für die Abschätzung der Zukunft. Schauen wir uns jetzt noch ein paar Zahlen an. Extrem wichtiges und modernes Thema für die Unternehmenssteuerung ist die Cash-Conversion-Rate. Also das Thema, inwieweit es dem Unternehmen gelingt, Gewinne in für Investoren interessante Free-Cash-Flows zu verwandeln. Und es wundert uns nicht, dass die Kennzahl extrem negativ, nämlich kleiner Null ist. Interessante Fußnote am Rande. Die Zahl 2017 ist bei 2,7 und damit eigentlich im Super-Bereich, aber diese Zahl ist katastrophal. Weil hier nämlich Verluste, also negatives Net-Income, auf negative Free-Cash-Flows stoßen. Und das zeigt uns wieder mal, wie wichtig es ist, nicht kennzahlgläubig zu sein und alles zu glauben und super zu finden. Den zweiten wichtigen Punkt für so eine Transformation ist der Dreiklang Zinsen, Dividenden und Sales-Conversion-Rate. Die beiden grünen Balken, also Zinsen und Dividenden, muss man ja eigentlich addieren. Und da sehen wir insgesamt einen positiven Effekt für 2021. Weil zwar so eine Wahnsinnsreduzierung der Zinssituation ist nicht erfolgt, aber mit 804 Millionen, muss man ganz ehrlich sagen, das ist jetzt nicht dramatisch, das geht schon. Und dadurch, dass man sich die Dividende spart, hält sich hier der Aufwand in Grenzen. Aber natürlich Ultrakatastrophe, Sales-Conversion-Rate. Das ist ursprünglich eine Vertriebskennzahl, die angibt, inwieweit es gelingt, aus Kundenbesuchen Umsätze zu machen. Die habe ich hier einfach mal umgewidmet und benutze sie analog zur Cash-Conversion-Rate. Meine Idee war eigentlich, ein bisschen wegzugehen von der Gewinnsituation und mal auf die Relation zwischen Umsätzen und Free-Cash-Flows zu schauen. Das hat einen positiven Effekt auf Unternehmen, die Verluste schreiben. Und weil wir ja inzwischen wissen, dass der Free-Cash-Flow viel wichtiger ist als der Gewinn, könnte man dann hier ein anderes Schlaglicht setzen. Nachdem die General Motors Free-Cash-Flows hat, die blutrot sind, funktioniert das hier natürlich leider nicht. Dann hat mich natürlich extrem interessiert, wie sehen eigentlich die Analysten die General Motors? Ich finde es sehr interessant, dass für die Analysten das eine ganz klare Sache ist. Weil fast 75% sind auf der Käuferseite und für den Rest ist das eine Halteposition. Und verkaufen will niemand. So, die Schätzungen der Kursziele der Analysten liegen schlechtestes Kursziel 53, mittleres Kursziel 75, maximale Schätzung 100 US-Dollar. Wenn man auf solche Schätzungen kommt, dann ist klar, dass man natürlich die Aktien kaufen möchte. Die Frage, die sich mir so stellt, ist, wie kommen die eigentlich auf die Kursziele? Dazu muss man wissen, wie eine Discounted-Cash-Flow-Analyse funktioniert. Man schätzt einfach zukünftige Free-Cash-Flows mit entsprechenden Wachstumsraten, diskontiert sie mit dem Referenzzins ab, kumuliert die dann alle auf und verrechnet sie mit der jeweiligen Cash-Situation inklusive Schulden. So, und für meine Frage an euch ziehe ich jetzt die Grafik von vorher nochmal raus. Das sind die Free-Cash-Flows der letzten 10 Jahre von General Motors. Also die Free-Cash-Flows von General Motors waren in den letzten 8 Jahren negativ und eigentlich seit 2015 brutal negativ. Wenn wir jetzt nur schätzen, dass der Free-Cash-Flow für 2022 nicht negativ sein sollte, dann müsste sich der Free-Cash-Flow um 6,9 Milliarden US-Dollar mindestens erhöhen. Dann wäre er allerdings null. Was ich euch damit sagen will, ist ganz einfach, nämlich eine Abschätzung der Zukunft macht man immer unter Berücksichtigung der Gegenwart und der Vergangenheit. Ich bin mal vorsichtig, aber für die Jahre 2022 fortfolgende aus der Vergangenheit einen signifikant positiven Free-Cash-Flow für die General Motors zu schätzen, finde ich ambitioniert. Wenn man das aber nicht macht, dann kommt man nicht auf einen vernünftigen Kurswert. Und das ist genau der Grund, warum ich in diesem Fall für die General Motors auf das Discounted-Cash-Flows-Verfahren verzichte. Die zweite Möglichkeit, die man hat, ist zum Beispiel eine Abschätzung im Rahmen der Multiples. Also wir könnten zum Beispiel sagen, Enterprise Value zur EBDA liegen wir bei 13, Branschenschlitt ist bei 39. Das heißt, wir nehmen aktuelles Kursniveau mal 3, dann kommen wir ungefähr bei 140 US-Dollar raus. Dann ziehen wir eine Sicherheitsmarge von 50% ab, dann kommen wir auf einen Kurzwert von 66 und liegen schön in der Bandbreite der Analysten. Da sage ich euch ehrlich, auf das Niveau möchte ich mich nicht herabbegeben. Und jetzt kommt natürlich die große Wumme Warren Buffett und Charlie Munger. Die beiden co-genialen Köpfe von Berkshire Hathaway. Die beiden sagen ganz klar, Circle of Competence, Schuster bleibt bei deinen Leisten. Wenn du das nicht vernünftig abschätzen kannst, dann lass das sein und kaufst das nicht. Wenn ich mir die Kursziele von Analysten anschaue und sie mit meinen Schätzungen vergleiche, dann finde ich sie manchmal sehr treffend, manchmal sehr sportlich, manchmal so, dass ich mich frage, einer von uns zwei hat jetzt das Unternehmen nicht verstanden, das bin wahrscheinlich ich. In dem Fall kommt es mir so vor, als würde ich euch versprechen, dass ich in den nächsten fünf Jahren um vier Meter wachse. Keine Sorge, solche Versprechen mache ich nicht. In meinen Augen gibt es keine schlüssige Vision der General Motors für die Zukunft. Die Zahlen geben eine vernünftige Abschätzung nicht her. Also bleibe ich bei meinen Leisten und streiche die General Motors von meiner Kaufliste. Das heißt nicht, dass man nicht mit ein bisschen Zockerei und ein bisschen Glück, schöne Kursgewinne einfahren möchte, aber das ist nicht mein Ansatz. Das wisst ihr, ich werde definitiv nicht einsteigen. Wie steht ihr zur General Motors? Schreibt mir es in die Kommentare. Das war meine Analyse auf meinem Kanal Money in the Box. Für euch wie immer kostenlos, hoffentlich nicht umsonst. Wenn es euch gefallen hat, freue ich mich natürlich über ein Like. Am besten lasst ihr mir gleich ein Abo da, dann versorgt ihr nichts. Auf jeden Fall freue ich mich schon aufs nächste Mal, wenn es wieder heißt, gleiche Stelle, gleiche Wille. Tschüss, euer Gerald von Money in the Box. Tschüss. Tschüss.